Hallo bei Inkup Your Pen. Heute möchte ich euch den brandneuen Jinhao 92 Star Series vorstellen. So sieht er aus, so kam er bei mir an. Wie immer will ich euch den Füllfederhalter beschreiben, will nicht mehr über Jinhao sprechen, die Firma selber ist bekannt, ein sehr großer chinesischer Hersteller, will euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt und zum Schluss wie immer ziehen wir ein kurzes Resümee und ich sage euch ob ich ihn mir wieder kaufen würde und wo ihr ihn denn bekommen könnt. Hier bei Inkup Your Pen nicht, da müsste woanders hingehen. So, wir bekommen den Jinhao 92 aus der Star Series. Den gibt es, der ist wie gesagt brandneu, den gibt es in drei Ausführungen. Ich habe ihn hier in diesen matt-schwarz mir geholt, der kam neben der typischen chinesischen Verpackung hier in diesen Zip-Lockbeutel an. Könnt ihr hier schon sehen, ein paar chinesische Zeichen, hier die Bezeichnung oder die Beschreibung, das M steht für mittlere Feder. Deswegen habe ich dem Jinhao hier mir eigentlich auch geholt, weil ich es immer ganz schön finde, etwas breitere Federn auch mal zu bekommen. Und ja, hier noch mal Jinhao 92 Star Series, also ganz neu. Dann nehmen wir nochmal hier aus der Verpackung heraus, legen wir nebenhin, dann seht ihr hier schon eine ganz Metallkonstruktion mit so einem Wabenmuster. Ich kann das mal versuchen, ein bisschen näher zu holen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, so seht ihr das ganz gut. Schaut mal. Das ist wie so ein Wabenmuster. Das fühlt sich sehr gut an. Also ist super verarbeitet, muss ich sagen. Clip schauen wir uns auch gleich mal an. Sehr fest, wie ihr hier seht. Nicht federnd gelagert, aber er ist funktional. Man kann ihn benutzen. Hier haben wir alles in mattschwarz. Sieht sehr edel aus. Hier ist, ich sag mal graviert, Jinhao, aber keine Modellnummer. Die Kappe selber sieht, ich sag mal, auch sehr edel aus. Auch alles aus Metall. Nirgendwo Kunststoff mit dran. Hier mit so einem schönen Kappenkopf, finde ich, der so ein bisschen hier reingeht. Ja, kann sich natürlich hier oben auch ein bisschen Staub sammeln. Aber das werden wir nicht verhindern. Ja, dann wie gesagt, dieses griffige Muster hier erinnert mich ein bisschen an, na, wie heißen sie denn gleich wieder? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auch ein chinesischer Hersteller Hongdian. Jetzt habe ich ihn wieder. Hongdian gibt so ähnliche. Die Forest Series erinnert mich das so ein bisschen. Ja, hier oben nochmal sieht aus wie so ein Drehring. Hier kann man aber nichts abschrauben, auch aus Metall. Ja, und das Endstück auch ein Metallendstück. Sieht sehr gut verarbeitet aus. Dann schauen wir uns mal an, wie viele Umdrehungen wir hier brauchen, um die Kappe abzudrehen. Eine Umdrehung. Ein und ein Viertel Umdrehung, finde ich, ist schon nicht schlecht. Werfen wir mal einen Blick in die Kappe hinein. Machen wir uns nochmal ein bisschen Licht dazu. Da seht ihr schon Kunststoff-Innenkappe. Oben auch massiv mit einer Mutter, würde ich sagen, Messing. Da nochmal befestigt. Das wird zum Clip und zum Kappenkopf gehören. Also schon sehr aufwendig verarbeitet. Was mir immer gut gefällt, ihr seht es hier, Metallgewinde, Metallgewinde. Da haben wir auch keine Probleme damit. Insofern alles hochwertig, hochwertig verarbeitet. Ja, auch gewichtig liegt es in der Hand. Er hat auch so ein bisschen die Tendenz, Richtung Kappenkopf sich zu neigen, sag ich mal, zu fallen. Weil dieses Teil hier oben, glaube ich, das ist sehr massiv. Das ist aus einem Guss, das ist also nicht hohl. So fühlt sich das zumindest an, weil die Kappe sofort hier so nach unten sich neigt. Kann natürlich auch hier an diesem Stück des Clips liegen. Das kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Schauen wir uns mal die Feder an. Typisch Jinhao, was mir hier sehr gut gefällt. Das ist eine matt-schwarze Feder. Jinhao, die Kutsche, der Wagen, das M für mittlere Feder. Griffstück, Metall, aber ich kann euch sagen, super griffig. Es gibt überhaupt kein Problem damit. Man rutscht nicht ab. Es ist etwas kurz, aber auch angenehm breit, sage ich mal. Der Durchmesser ist sehr angenehm, wie das Griffstück, auch wenn es so kurz ist. Also ich habe hier keinerlei Probleme und auch, wenn ihr hier seht, mit der Länge überhaupt keine Schwierigkeit. Aber zu den Maßen und zum Gewicht kommen wir nachher nochmal. Dann schrauben wir mal auf. Dann seht ihr hier, Converter ist mit dabei. Finde ich ja bei chinesischen Füllfederhaltern immer sehr, sehr gut. Hier ist nochmal, ja, nochmal wie so abgepuffert mit einem Silikonring. Ich habe hier schon mal Tinte eingefüllt. Das ist Pelikan 4001 Violett. Und Converter, wie ihr hier seht, Jinhao auch gebrandet. Also so, wie man es eigentlich auch kennt. Und auch hier seht ihr Metallgewinde auf Metallgewinde. So kann man es sehen. Also auch das sehr, sehr langlebig. Das ist schon Qualitätsarbeit. Auch hier nirgendwo etwas scharfkantig. Alles ganz, ganz hochwertig verarbeitet, muss ich sagen. Auch die Teile, die man ja normalerweise nicht anfasst, auch da gibt es kein Problem. Ja, Tintenleiter nochmal ganz kurz. Typische Jinhao Kunststofftintenleiter. Auch keine Besonderheit. Legen wir mal nebenhin und dann leuchten wir einfach mal in den Schaft hinein. Mal gucken, was wir da noch so entdecken. So, mal gucken wir mal hier rein. Also hier seht ihr ganz am Ende nochmal eine Messingkonstruktion, die den Schaftkopf, sag ich mal, da auch hält. Ansonsten alles Metall, wie ihr hier seht. Keine Probleme. Nichts Außergewöhnliches hier drin. Also hochwertig, auch schwer. Auch hier wieder so ein bisschen, ich sag mal, kopflastig, die ganze Geschichte. Aber ich sag mal so, das sieht schon schön aus. Sieht aus meiner Sicht edel aus. Hier nochmal dieses kleine, ich sag mal, ja, es sieht aus wie so ein Rädchen, wo ich irgendwas abdrehen kann. Kann ich aber nicht. Kappenkopf dann, äh, Kappenkopf sag ich schon, der Schaftende, das Endstück. Ist auch wieder eine Metallkonstruktion auch wieder recht schwer gemacht. Aber jetzt nicht so, dass es dann irgendwie unangenehm, unangenehm wirkt. Okay, soviel zu den Bestandteilen. Dann setzen wir nochmal wieder zusammen und machen gleich mal Maße und Gewicht. So wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte, also quasi schreibbereit, da misst er 12,5 cm. Das ist völlig in Ordnung. Ihr seht es hier, ich habe eine recht große Hand. Liegt sehr gut drin, er hält sich sehr gut, sieht absolut spitzenmäßig aus, sag ich mal, ähm, edel. Klasse, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, man kann auch die Kappe aufstecken, zeige ich euch auch mal. Ähm, die lässt sich recht angenehm aufstecken und hier seht ihr schon, da geht auch nichts ab. Mit dieser aufgesteckten Kappe misst er allerdings dann 16,3 cm und dann wird er schon sehr kopflastig. Also da geht das Ganze hier schon ein bisschen, bisschen nach unten. Ähm, insofern würde ich ihn nicht aufgesteckt verwenden. Ja, und im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier vor euch hin halte, misst er 13,5 cm und ich denke mal, mit diesen ganzen Maßen ist er natürlich voll, hier habe ich ein bisschen Tinte drauf gemacht, ist er natürlich voll in den regulären Füllfederhalter Maßen drin und, äh, wie gesagt, ähm, fühlt sich angenehm an, ist qualitativ absolut hochwertig verarbeitet und, ähm, liegt sehr gut in der Hand. Ja, dann kommen wir auch noch zum Preis. Ich habe für diesen Füllfederhalter über AliExpress, ähm, 10 Euro ungefähr bezahlt mit Versand und, äh, an der Stelle sei es wieder gesagt, ich bekomme nichts von Jin Hao, ich bekomme auch nichts von AliExpress, dass ich euch hier die Sachen präsentiere und vorstelle. Das mache ich einfach deshalb, weil ich, ähm, finde, ihr sollt eine, eine Kaufentscheidung, ähm, mitbekommen und, äh, könnt dann entscheiden, ob ihr euch auch einen solchen Füllfederhalter dann zulegt. Okay, soviel zur Beschreibung des Füllfederhalters, zu den Maßen und zum Gewicht und dann kommen wir als nächstes zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Jin Hao 92 Star Series. Wie gesagt, den gibt es in drei Ausführungen, das eine ist die mattschwarze, der hat mir am besten gefallen, dann gibt es noch mal einen silbern und dann gibt es eine aus einer Kombination schwarz-silbern. Äh, hat eine M-Stahlfeder. Also von der Ausprägung her würde ich sagen, das ist eine M-, oder mehr in Richtung F, also so ganz breit ist er nicht, wobei hier, okay, kann man schon, kann man schon sagen, äh, wird es ein bisschen breiter. Ähm, Tinte ist Pelikan. Oh ja, da hat er einen kurzen Aussetzer gehabt. Pelikan 4001, Violett. Und Papier ist wie immer Claire Fontaine. DCP. DCP. 160 Gramm. Okay, soviel zu den Eckdaten und dann könnt ihr wie immer jetzt mal zuhören, wie der Füllfederhalter über das Papier gleitet. Ja, ich denke man konnte es hören, ähm, die Feder wirkt recht steif, aber das Feedback ist angenehm, also kann man nichts sagen. Äh, Strichbreite würde ich, wie gesagt, wie ich es hier oben schon gesagt habe, M- oder F ansiedeln. Da hat Jin Hao manchmal Schwierigkeiten. Nicht in allen Fällen, aber manchmal Schwierigkeiten, äh, bei einem M auch ein M hinzubekommen. Ähm, manchmal können sie es, manchmal können sie es aus meiner Sicht nicht so richtig. Okay, jetzt haben wir einen Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ähm, ob er gleich da ist und versuchen mal schnelles Schreiben. Ja, sofort da. Ihr seht, Tintenfluss kommt jederzeit nach, wir haben kein Problem damit. Tintenfluss finde ich jetzt nicht so üppig, aber, ähm, sehr angenehm. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Geht auch gut. Auch kein unangenehmes Feedback. Ja, hier können wir froh sein, dass der Satz hier zu Ende ist, weil ihr seht, von hier vorne bis hier hinten wird die Strichbreite immer dünner. Also da kommt der Tintenfluss dann nicht richtig mit. Dann schauen wir mal, ob aus der etwas steif oder von mir etwas steif empfundenen Feder auch ein bisschen Variation herauszuholen ist. Ja, ich glaube, das kann man eher vergessen. Also da ist kaum etwas drin. Schauen wir uns zum Schluss nochmal den Tintenfluss an. Ja, in Ordnung, aber kann man sicherlich nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Was ich aber jetzt hier nicht getan habe, weil ich euch die Sachen eigentlich immer so zeigen möchte, quasi out of the box, wie ich sie bekomme, damit man sich davon einen Eindruck verschaffen kann. Und ich sage mal, dieses Tuning, das ist ja eine individuelle Sache und da kann dann das jeder so machen, wie er möchte. Okay, soviel zum Schreibtest des Jinhao 92 Star Series und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao 92 Star Series? Hier seht ihr ihn nochmal. Ich finde, er liegt sehr gut in der Hand. Wenn ich ihn so nehme, er ist ja ein rechtes Schwergewicht mit 41,3 Gramm. Ich weiß gar nicht, wie ich das euch vorhin gesagt habe. Vielleicht habe ich das auch verschwiegen. Also jetzt, dann trage ich das hier mit nach, 41,3 Gramm. Und trotz alledem muss ich sagen, er liegt nicht so schwer in der Hand, dass es unangenehm ist. Es ist zu jeder Zeit angenehm. Ich würde ihn nicht aufgesteckt verwenden, dann wird er sehr, sehr kopflastig. Aber er liegt hervorragend in der Hand. Es ist ein angenehmes Schreiben damit. Optisch sehr ansprechend. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage oder eine Geschmackssache. Ich finde, diese ganze schwarze Konstruktion sieht schon edel aus. Also mir gefällt es. Mir gefällt auch gut, dass hier die Feder nicht silbern ist, sondern eben auch mattschwarz, so wie der Rest des Füllfederhalters. Das macht schon was her, finde ich. Ich finde insgesamt, und das muss man wirklich bei dem Jin Hao 92 aus der Star Series besonders betonen, aus meiner Sicht. Das ist diese absolut hochwertige Verarbeitung. Hier ist nicht ein kantiges Teil dran. Er ist jetzt ja auch kein hochpreisiger Füllfederhalter. Na klar, bei Jin Hao für 10 Euro gehört er schon nicht zu den ganz billigen Füllfederhaltern. Aber er ist jetzt auch nicht im Top-Level angekommen. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, also da passt wirklich alles zusammen. Eine absolut spitzenmäßige Verarbeitung. Eine ganz Metallkonstruktion. Schwer, wer das mag. Absolute Kaufempfehlung, sage ich mal. 41,3 Gramm ist schon ein richtiger Klopper, sage ich mal. Aber das ist eben auch, wie ich schon sagte, immer Geschmackssache. Was gefällt mir weniger? Der Clip ist mir etwas zu fest. Da wäre es vielleicht besser gewesen, einen federgelagerten Clip zu nehmen. Das ist er hier nicht, aber er ist funktional. Also ich hätte jetzt auch keine Probleme, ihn irgendwie da einzustecken und in die Hemdtasche zu stecken. Was finde ich noch, was man hätte anders machen können? Ich habe euch ja vor kurzem den Jin Hao 9019 Dadao vorgestellt. Der spielt in einer ähnlichen Liga, ist keine Metallkonstruktion, ist aus Kunstharz. Aber der kommt natürlich mit einer ganz anderen Aufmachung daher. Hier habe ich nur, wo habe ich sie hier, diesen Ziploc-Beutel. Und der kommt mit einer Anleitung, mit einer hochwertigen, nicht dünnwandigen Acrylbox daher. Das sieht halt alles ganz anders aus, muss man schon sagen. Und da frage ich mich, ob man nicht hätte hier für ein, zwei Euro vielleicht noch mehr, weil mit Sicherheit ist die Metallkonstruktion teurer in der Herstellung als das Acrylharz. Aber ob man da nicht hätte noch diese Star Series, auch dieser Name, der signalisiert ja so ein bisschen einen hochwertigen Stand. Ob man da nicht hätte noch ein bisschen mehr machen können, sollen, okay, ist nicht so. Aber ihr sollt einfach wissen, für 10 Euro gibt es selbst im Hause Jin Hao, gibt es Konkurrenz, wenn ihr nicht unbedingt eine Metallkonstruktion haben wollt. Und letzter Punkt, beziehungsweise vorletzter Punkt, Feder ist ein bisschen fest und Strichbreite M, ja, M-F+, sowas in dem Dreh, ja, aber nicht wirklich, also ich finde es ein bisschen zu wenig, hätte mir da etwas mehr M gewünscht, sage ich mal. Aber insofern, ja, es ist nicht wirklich ein Makel. Er schreibt sehr gut, Tintenfluss ist absolut ausreichend, der ist nicht üppig, habt ihr ja gesehen. Also man kann eigentlich nicht viel meckern, aber man vergleicht natürlich. Und wenn man schon ein paar Jin Hauses in der Hand gehabt hat, dann guckt man natürlich auch, wie haben diese Jin Hauses oder wie verhalten sich diese Jin Hauses im Vergleich zum Jin Hao 92 aus der Star Series. Ja, Resümee würde ich mir wieder kaufen. 10 Euro über Aliexpress, vielleicht. Hat folgenden Grund, mir ist die Strichbreite ein bisschen zu dünn. Er könnte mir durchaus etwas mehr Breite da vorstellen, da kann man natürlich nachbearbeiten, ist klar. Ich finde die Erscheinung elegant, aber sie ist jetzt auch nicht völlig alternativlos. Da gibt es auch wieder einige Füllfederhalter, die man in so einer Liga mitspielen lassen kann. Und insofern, ja, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist sowas ganz außergewöhnlich Besonderes oder was so ein bisschen diesen Wow-Effekt ausmacht. Aber, deswegen auch das vielleicht, aber für 10 Euro, wenn man es andersrum betrachtet, man kann hier absolut nichts falsch machen, nicht, dass ihr mich missversteht. Für 10 Euro ein super Füllfederhalter, eine absolut solide Konstruktion. Da wird nichts kaputt gehen, den habt ihr ein Leben lang, das wird alles funktionieren. Konverter ist dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und vor dem Hintergrund, wenn ihr solch einen Füllfederhalter sucht oder einfach mal so eine Metallkonstruktion, weil ihr euch vielleicht bisher da nicht dran getraut habt, weil die Griffstücke manchmal glatt sind, hier bei dem nicht, finde ich sehr positiv, hat Jin Hao gut hinbekommen. Insofern würde ich euch sagen, klar, holt euch den. Aber, und deswegen auch das vielleicht, es gibt da durchaus Alternativen und ist nicht so, dass ich sage, also man muss ihn unbedingt haben. Ja, soviel zum brandneuen Jin Hao 92 aus der Star Series. Wie seht ihr das? Habt ihr den vielleicht auch schon? Habt ihr den auch getestet? Habt ihr vielleicht auch andere Federn genommen? Die M-Feder war die breiteste, die es gab. Natürlich gibt es F- und E-F-Federn. Teilt es mir in den Kommentaren mit. Ich freue mich, wenn ihr mein Video liked. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.